Musik Hallihallo, hier ist wieder euer DAS-Stefan zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart in die neue Woche und viel Spaß mit einer neuen Folge Let's Play Minecraft. So, was geht jetzt nochmal los hier? Wir machen mal weiter. So beim nächsten Mal bin ich beim Lagerhausbau stehen geblieben. Ich denke mal, ich schau mal, was ich hier noch falsch machen müsste. Auf jeden Fall die Tür. So, muss ich dann noch bauen, ein Stück wenig. Auf jeden Fall brauche ich ein bisschen Holz. Ah, stimmt, 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 ich wollte ja Glas nicht bauen, ne? Ein Fehler. Ich wollte ja Glas nicht umbauen. Die Doppeltür. So. Ich muss mir noch ein Glas holen. Komm, ich habe noch einiges da. Ja. Ja, das ist ja schön, wenn... Jetzt muss ich mir noch ein bisschen Sand drauf geben. Ja, ja, so. Kein Steifen, ja? Oh, kein Sand. Komm, macht das nicht so schwer. Minecraft. Ich habe schon Kopfschmerzen. Ich glaube, ich mache das Minecraft auf dem Tisch und kein Spaß. Aber ich mache es natürlich für meine Zuschauer. Sonst habe ich da keine Folge mehr. Und vielleicht auf die Kopfschmerzen. Komm und dann Aspirin rein, dann passt das auch. Mit Aspirin ist alles gut. Dann auch rein. Okay. 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 Wieso? Ich habe nicht mal Sand mehr da. Das ist ja echt dreistisch. Warum habe ich kein Sand mehr da? Ich will mich einfach verorschen, oder was? Ich will das mal nicht schieren, ne? Okay. Na gut. Egal. Dann gehen wir mal auf den Strand. Alles noch interessant. Und dann haben wir auch Fenster für die Tür. Ausrahmung. Und ja. Hier ein Frischfleisch rum. Sehr schön. Frischbreder. Und was ist? Jetzt ist auch ein Haufen Blieben. Das sehe ich gerade hier. Ja. Schön. Äh. Toll. Haben wir auf den? Wie brauch ich eigentlich gar nicht? Aber ich nehme auch gleich mal einiges mit. Die wird mehr als zu wenig. Na. Aber raus da. Hallo. Du sollst rauskommen. So. So. Die wird immer noch. So. Das wird reichen erstmal. Mal. Ich denke so viel ist, dass es reicht. Ich hoffe jetzt. Lass uns leben. Auch gut. 25 Blocks sein. Das reicht. Auf alle Fälle. Ja. Ja. Und wir haben auch schon in der letzten Folge gemerkt. Ich habe jetzt endlich mal Musik eingefügt. Und ja. Ich habe es auch verlinkt. An alle die jetzt noch nicht wissen welche Musik das ist. Das ist von. Bateria. Ähm. Da macht so eigentlich ausschließlich Musik für Minecraft. Und sehr gute Suche. Also mir gefällt sie sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Passt auch wirklich super zu Minecraft. Ich werde ihn auch vorwiegend immer benutzen. Seine Musik. Weil die ist einfach klasse. Wie gesagt. Ich bin super zufrieden mit der Musik. Und ich habe auch noch einen Haufen Musik davon. Und ich habe auch noch von KST Beats Musik. Ich werde auch sehr wohl Musik machen. Aber da muss ich erstmal ein bisschen sortieren. Was zu Minecraft passt und nicht passt. Weil. Da ist auch schon teilweise actionhaltige Musik dabei. Wo man sagen kann. Naja. Das passt nicht so wirklich zu Minecraft. Also da muss ich noch. Viel sortieren. Da sind es zu 150 Titel. Also. Das bedeutet. Einiges an Arbeit. Aber es hat gute Titel. Sind schon dabei. Die ich auf alle Fälle nehmen werde. Da kann ich so sagen wie es ist. Und ja. Hm. Na fach denn auf. Baue ich mir erstmal eine Eisenrüstung glaube ich. Dass ich geschützter bin. Halt. Das waren die. Das war Helm. Äh. Warte mal. Halsch. Die Hose gehen glaube ich zu. Ne. Die. Ging die Hose. Ah. So gehen die Hose. Der Brustpanzer ging glaube ich. Wie ging der Brustpanzer nochmal. Bei dem weiß ich es jetzt gerade nicht. Die Hose. Die Hose. Die Hose. Ging die verdammte. Äh. Der Brustpanzer jetzt. Äh. Da ist eine Eisentür. Dann wie ging der. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh. Aber egal. Ich hau erstmal das rein was ich hab. Das andere muss ich in Minecraft WG nochmal nachschauen. Und jetzt hab ich schon mal einen Teil der Eisrüstung äh angelegt. Das passt schon mal gut. So. Schon mal gut. Das passt schon mal. Für das erste. Habe ich jetzt schon etwas Schutz. Vor Creeper und Co. So. Ich hab meinen Sand aus dem Ofen holen. Damit sie eigentlich auch fast fertig sein. Ja. Auch. Sag ich. Ich sag's auch. Heißt nicht eigentlich auch. Hehehe. Naja. Es ist ja nicht viel zu erwarten von einem Menschen der Kopfschmerzen hat und äh Minecraft aufnimmt nebenbei. Da kann man ja nicht viel erwarten. Da kommt wahrscheinlich nur bis aus der Quasselbirne. Hehehe. Aber egal. Hauptsache es amüsiert euch. Habt Spaß daran. Und dann. Lemme ein. Let's Play Minecraft. Ist doch die Hauptsache. He he. So. Bäbb. 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 Bäb. Bäb. Nicht da bäb. Da bäb, bäb. Oh das noch eine eine Situ. Nicht du. Ja. Du. Habt man wenigst noch ein bisschen Licht von außen. Das ist schon mal super. Wir gehen trotzdem mal auf. Ja. gut und boah also hier muss ich den Stein reinsetzen ja, wird auch noch gemacht da ja, nein, da haben wir jetzt echt genug gesammelt ne Hülle, die euch damit gerangpfeilt ja, aber egal so, dann wird das Stein jetzt nicht so lange spielen ja, da haben wir auch noch Zeit drauf weiter wird gut gut, da konnte ich auch viel flanken jetzt muss ich erstmal runter guck mal die Farmer, die müssen eigentlich auch viel fertig sein inzwischen ja, ich werde für die nächsten Aufnahmen ich weiß nicht, ab wann ein Herbst Texture Pack kommt von Herbst das ist noch ein bisschen angepasst das ist die Jahreszeit Halloween weil ich ein Halloween Texture Pack nehmen auf jeden Fall das kann ich jetzt schon mal sagen bis das Video ist fertig ja, also ich würde versuchen mich auch ein bisschen den Jahrenkeiten anzupassen Winter und Winter Texture Pack und Weihnachtszeit Weihnachts Texture Pack ja, wie äh das Teufel ist ja halt ne da habe ich auch ein schönes Weihnachts Texture Pack gehabt aber die Welt ist mir ja leider verloren gegangen weil mir äh die Festplatte gebraucht ist ne ich wusste ja ich musste ja einfach machen musste leider weil mich natürlich oben etwas verärgert hat naja wenn man macht ich hätte mir äh den Save Points äh sichern sollen nicht da aber habe ich es nicht gemacht ja das ist dann meine eigene Schuld ne alles und Endes naja das ist eine schöne Welt aber die Welt hier ist auch nicht gut ich verabschiede mich für diese Folge denn die Zeit ist wieder um sagen Ciao mit V ich wünsche euch noch einen schönen besten Montag oder wann immer hier zur Folge schaut und wir sehen uns immer ein Mittwoch wieder zur nächsten Folge Let's Play Minecraft mit eurem Darth Stefan Mü wurde dir mit Moltes Stein meine Madame ostate ich sag's auch Pensate und aufhILm schwt dasselbe Welle tschschschsch Video 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 Video